Bademoden 1986. Bademoden 1986. Bademoden 1986. Bademoden 1986. Bademoden 1986. Sehr, sehr fest die Bademode für dieses laufende Kalenderjahr. In den Bademoden der 50er, 70er und 80er Jahre und drei Herren. Und die Aufgabenstellung kommt gleich, liebe Kandidaten. Mädels, ihr könnt kommen. 70er und 80er Jahre. 70er Jahre. Ich trete ein bisschen aus ihrem Gesichtsfeld. Historischer Streifzug durch die Bademoden längst vergangener Zeiten. Aufgepasst, was uns da geboten wird. Pip, jetzt kannst du anfangen. Sie war so schön, sie war so schön, in ihrem Mini-Bikini, Mini-Bikini anzusehen. Er stand ihr gut, er stand ihr gut. Der neue Mini-Bikini, Mini-Bikini mit und ohne Hut. Ja, kennt er schon die neueste Mode, kennt er schon den neuesten Schrei. Doch das Ding, ich sag's euch ehrlich, ist schon lange nicht mehr neu. Denn die Eva trug schon damals ihr berühmtes Feigenblatt. Das noch weniger bedeckter, als man es heut hat. Sie war so schön, sie war so schön, in ihrem Mini-Bikini, Mini-Bikini anzusehen. Er stand ihr gut.